Wasser, ein Rohstoff, der immer wichtiger und kostbarer wird. Die Firma WaterTech wurde 1991 mit der Idee gegründet, Wasseraufbereiter und Anlagenbauer mit Komponenten und Anlagen für die Wasseraufbereitung zu bedienen. Bis heute sind wir dieser Idee treu geblieben. Wir beliefern einen grossen Teil der Schweizer Wasseraufbereiter und andere namhafte Firmen im In- und Ausland mit spezifischen, auf individuelle Wünsche zugeschnittenen Anlagen und Komponenten. Unsere Produktpalette beinhaltet alles, was man für die Wasseraufbereitung benötigt. Von kleinen Haushalt-Trinkwasseraufbereitungsanlagen über mikroprozessorgesteuerte Umkehrosmosesysteme bis hin zu kundenspezifischen Grossanlagen. Die meisten unserer Produkte beziehen wir über die weltweit operierende Pollet Group mit Sitz in Belgien. Ferner vertreten wir exklusiv für die Schweiz die Firma Ecolab und die Firma Dometic. Damit unsere Kunden die komplexen Aufbereitungsanlagen fachmännisch bedienen können, bieten wir ihnen in unseren Räumlichkeiten oder beim Kunden im Betrieb Schulungen an. Dank grosser Lagerbestände sind wir in der Lage, die gewünschten Anlagen innerhalb kürzester Fristen zu liefern. Watertech – Ihr Spezialist für Wasseraufbereitungsanlagen.